Hallo Leute, willkommen zurück zu SplitSecond. Ich werde jetzt nochmal eben die andere Runde machen, die äh, alte. Ich gucke jetzt erstmal im Cascade, warte welche, hab ich keinen neuen gekriegt? Ich hab doch einen neuen gekriegt. Ich, äh, lasse jetzt erstmal grün. Das fand ich soweit ganz gut, die Farbe. Ich stelle nochmal eben hier die Lautstärke ein, Moment, so. Lieber vorher als nachher mittendrin im Spiel. Boah, ich sollte den Controller mal sauber machen. Hm. Naja, so oft hab ich ihn auch nicht in der Hand, dass da sich irgendwas komisches ansammeln könnte. Äh, ist alles richtig eingestellt, hier mit dem Pad, ich weiß gar nicht. Ja, geht alles. So, dann erstmal den Hammer überholen. Oh, es rückelt. Yeah, es rückelt wieder, Gang. Und jetzt auch fahren wir nicht mehr. Sehr schön. Bam. Komisch. Okay. Und ja auch noch. Fett. Das war doch einfach nur normales Rennen. Oh. Das heißt, ich muss nur noch den vor mir überholen und dann vorne bleiben. Ist ja ganz einfach. Kann ich jederzeit schaffen. Oder auch nicht. Ich werde einfach wieder überholen. Sehr schön. Jetzt. Yeah. Sehr schön. Ich wusste zwar gar nicht, wann oder was ausgelöst wird, aber ich wusste einfach, wann ich hier machen muss. Ich bin so ein Prof. Wann das? Alter. Alter, Falter. Ja, ist klar. Die helfen mir wieder in eine Kurve rein. Ja, toll. Ja, toll. Und die anderen? Ich will die anderen auch töten. Ja, super. Mein Gott. Und Fünfter. Ja. Dann warte jetzt, bis ich was Rotet aktivieren kann. Ja, komm. Ja, geht doch. Nur wo kann ich jetzt was Rotet aktivieren? Ha. Und wieso ist mir nichts passiert? Keine Ahnung. Ja, super. Im Nachhinein passiert mir dann natürlich was. War ja so klar. Oh, der fünfte ist zwar wieder super. Hä? Ich hab da gedrückt. Und... Ah, scheiße. Okay, erste Runde ist vorbei. Bleib mir nur noch ein, um aufzuholen. Was, äh, vermutlich unmöglich ist. Weil die, äh... Ja, viel zu weit vorne sind, die Typen. Und da passiert auch nichts, wenn der Krieg ist. Oh, krass. Die sind ja alle reingefahren. Fast alle. Immer schön hier, hier durchfahren. Weil rechts und links kann irgendwie zugehen. Yay. Yay. Na links, na links, na links. Okay. Fast unmöglich, dass ich das jetzt noch schaffe. Weil die Runde ist... Ja, in der Mitte, glaube ich. Warte, wie viele Sekunden? Ich hab nicht hingeguckt. Aber das sah nicht gut aus. Ja, super. Ich sag euch, Leute. Bremsen lieber. Ha. Doppelzerstörung. Und der wievielte bin ich jetzt? Dritter. Okay. Das heißt, der erste ist so da irgendwo weit vorne. Hä? Scheiße. Genau das letzte Mal. Äh, genau das... Also genau wie beim letzten Mal, so. Sehr schön. Yay. Beide zerstören. Vier zerstören. Wow. Okay. Schaffen wir noch nicht immer. Drei Sekunden bis zum letzten Platz. Ich will mir gar nicht auswählen, wie weit der erste weg ist. Ich kann schon wieder neu laden. Ich kann schon wieder neu laden. Ich kann schon wieder neu laden. Weil ich das sowieso nicht schaffe. Okay. Ja, sicher. Sieb da. Sieb da. Ist klar. Ist klar. Also vom... Vom zweiten sozusagen auf den siebten. Und den ersten hab ich ja echt nie eingeholt. Der war immer zu gut. Den, äh... Krieg ich auch nicht so einfach. Wird mir jetzt erstmal nach vorne schmuggeln. Ja, toll. Und wieder total gebremst. Bisschen Abstand von den anderen, die nehmen, aber trotzdem noch Draft-Einsachen. Oh, knapp. Oh, knapp. Sehr knapp wieder. Und, 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 und. Yeah. Jetzt hab ich noch die Chance, die irgendwie aufzuhalten. Ah, ich bin der Erste. Cool. Muss ja nicht mehr. Jetzt kann ich erstmal Power absparen, bis ich, äh... Naja. Bis du da nach vorne kommst, meint, mich überholen zu müssen. Scheiße, Mann. Ja, ist klar. Und hinter mir? Ja, sicher. Der Fixen. Der Wichsen ist natürlich wieder hinten. Aha. Scheiße. Alter. Ich weiß da nie, wo lang. Ja, klar. Fail. Zweiter. Super. Ja, ja, geht da lang, geht da lang. Sehr schön. Nichts passiert? Wieso nicht? Boah, der war knapp, glaub ich. Ja, und das Runde ist schneller. Auf jeden Fall. Ha. Der Fette. Okay. Ich, es, es sieht noch relativ okay aus. So, von... Auch wenn ich jetzt Sechster bin, sieht trotzdem noch im Chaos. Sie sind nicht so weit auseinander. Die Leute da. Ja, sicher. Wow, knapp, ey. Ja, fixen wir da. Der alte Wichser. Und gerade mal Fünfter. Übel. Wie gut die einfach geworden sind alle. Die haben voll trainiert. Aha. So, tschüss. Nein. Selbst zerstört. Schön, schöne Sache. Den ersten kann ich schon wieder knicken. Ich glaub, ich war... Ich geh jetzt hier weg. Ich mach dann, äh, jetzt gleich einfach... Nein, aber ohne. Das geht so nicht weiter. Bam. Bam. Tot, tot. Oder auch nicht. Lustig. Beide überlebt. Sehr schön. Yay. Jetzt. Oh, krass, ey. Was? Werd ich nur Erster? Nö. Sechs Sekunden bis zum Ersten. Übel. Wie immer. Einfach übel. Wie krass fährt der Erste denn bitte immer? Okay, aufpassen, aufpassen. Vielleicht krieg ich ihn ja noch. Da in der Saar. Nö, da in der Saar war. Schade. Ist er knapp. Event wechseln. Ja, möchte ich. Äh, äh, äh. Ja, ich würde gerne die Folge wechseln. So, dann gehen wir jetzt mal in die neue Folge. Oh, der Hund bellt. Da. Werd mal zu. Okay. Heute bei Split Second. Jede Menge Abwasser und schmutzige Tricks im Hochwasserkampf. Was? Okay. Warum auch nicht? Dann gehe ich jetzt erst mal... Dip, 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 dip. Ich drücke einfach mal durch. Moment, ich gehe einfach mal ein bisschen nach rechts. An links. Ich gucke weg. So, was hat mich jetzt erwartet? Sehe ich natürlich nicht. Ah, das ist der. Der neue Wagen. Ich kann ja mal nehmen. Einmal. Der regt mich bestimmt wieder auf. Ich sage euch, der regt mich wieder auf. Ich mag die fetten Wagen nicht. Überhaupt nicht. Okay. Was war es jetzt? Ich habe wieder nicht hingeguckt. Dann, äh... Lass mich einfach mal überraschen. Ja, irgendein Rennen auf jeden Fall. Normales? Hm. Wow. Also ich persönlich finde es auf jeden Fall lustig, wenn ich nicht weiß, welches Event jetzt kommt. Ich glaube, das behalte ich bei. Der Wagen kommt wie wieder Solarmarsch. Ich fordere, das geht gar nicht. Fahrfahren ist ganz okay. Bis jetzt. Bis jetzt. Und? Wie viele? Doppelzerstörung. Dreifachzerstörung. Vier zerstört. Sehr schön. Und hinter mir. Ja. Und wir springen auf den Kopf. Oder auch nicht. Boah. Krasser Mist. Ich bin sechster wieder. Fertig, Sache. Geil, geil. Und dann treffen sie mich wieder. Na, treffe ich sie natürlich wieder nicht. Ich muss... Warte, zwei Stück sind vor mir... Oh, Mist. Ich hätte recht sagen sollen. Äh... Wo ist... Ist denn der Erste? Wie weit weg schon wieder? Ich rabbet nicht. Ich verstehe nicht, wie die so einen Abstand gewinnen können. Haha, voll spät.